Kommt zurück zu meinem neuen Harz mit mir und Spielplatz Jo, willkommen! Ja, und daher, wir dürfen natürlich den Kirby nicht vergessen Ja, klar, und seinen blauen Gefährten, wer auch immer das sein muss Jo So, ja, und wir sind beim Schneckenhaus Bist du wirklich ein Schneckenhaus? So aus wie so ein Harmonit oder was du auch immer da stellen solltest Ich hab dich jetzt mal nicht beim Anfang gleich eingezogen Cool Das ist schon mal ein guter Anfang Boom, und da fliegt er und da fliegt er weiter So den mitnimmt? Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob ich den brauchen Moment Der kommt wieder Der kommt wieder, warte, dann nimm ich ihn mit Moment Okay Gut Feuer und Eis, gute Tompi Bist du dumm vom Buschel-Buschel Down Man, ey, du weißt dir richtig einen Kirby-Skill auf hier Ja Nimm du diese Bumms-Dings-Bumms-Dings-Bumms-Dings-Busch mit Cool Malt Tür Schnauze retrospect her E ultra Das ist ... Ist du willst ihr junger portrayed? Der kommt wieder gut? Das Essa ist der jahrelang Abwaha Und über … ... anta-ho ... de 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 de... ... mein bester Freund! Nein! Na, ich hatte bloß noch einen Treffen oder so ... Nimm du mal den Wuschel-Duschel! Oh, geil! Cool! Oh, ich seh's! Au! Und läuft rein! Wollen wir uns einsaugen? Au! Zeigt mir! Au! Au! Oh! 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 Ja! Ah! 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 Oh! 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 Geht mir ein Feuer! Wir hätten ja weitergehen können Vielleicht kriegen wir hier Feuer! Ja, aber wir kommen nicht mehr zurück, oder? Sorry. Noch mal reingehen hier. Na gut! Hol dir jetzt schnell Feuer auf! Ich hab's! Sehr cool! der vorweg einfach weiter ich komme automatisch noch du musst sogar unten kaputt machen ich kann es ja wieder einführen wenn du es mal kann ich mal kurz den haben es gibt wesentlich schneller das sieht ja aus ob man irgendwo runterfällt weißt du doch nicht nur musste okay sah so aus so kommen wir schnell vorbei Ja, dann kommen wir auch hier runter. Oder? Warte mal. Ähm. Nee, warte mal. Ich schaue mal hier hin. Von hier drüben. Geht das nicht? Nee. So ne Kacke. Hätte mir doch das andere Team mitnehmen sollen. Weil da war bestimmt die Aufgabe drin. Das stimmt. Okay, Feuer und das andere Team brauchen wir ja in diesem Level. Und hier ist ne Eule. Ah ja. Äh, nimmst du mal kurz den Wuschel-Duschel? Moment. Das ist so fett. Okay, dann kommen wir eh nicht weiter. Scheiße. Ja, und dann kommen wir noch auf der anderen Seite. Siehst du das? Ja. Das sind so Schnecke. Oder Ammonit. Guck mal, ich sehe so etwas wie du. Oh, warum bin ich nicht abgesprungen? Ich weiß nicht, du bist nur tot. Ich bin glatt. Warum? Er ist genauso wie die Idee, er ist nur gekloppt. Ich habe seinen Kopf eingeschritten. warum treffe ich ihn nicht ich habe ihn noch getroffen wenn ich dagegen hast fliege ich erst mal eine kleine runde nein du hast ihn kaputt gemacht ich bin mal durch oder so genau dann geht das ist das level lang genug ja klar springt der hoch moment ich mach die kaputze guck mal aufbrechen diese fliegenden meerschweinchen auch mal egal von seiner menschheit und bursch ja klar ich bin doch noch mal und spuck mich aus holt uns raus holt uns raus wir brennen bloß klar ist blöde mehr schweinchen müssen das wird schweine mehr schweine und leider die aufgaben ist du für einmal auch so dass der schnecken ausgebilden als klaren das wollte sie nachschnecke nein der die mit was jetzt kommt noch zwei level ohne kitty cat wir sind schon so gut wie bei der burg und ich glaube der endgegner sieht so aus wie bei köpfe 2 wenn das schon mal gespielt hast für den geben wollte der entgegen bei köpfe 2 ist so schwer aber hier wohl hast du das gesehen ist klar dass der der kieser nicht die können durch schwende nirgendwo die die und ein ich nehme jetzt mal fischi den fischi kann man gut vorstellen dass wir dem kauf Ja, klar. Ist klar. Stachis. Oh nein, geh doch mal vor. Scheiße. Ich bin schon fast tot. Lass mich lieber vor. Ja. Oh, meine Sterbe wie ich spawnisch einfach. Flieg drüber. Weil die gehen nicht höher als 1 über. Huh. Was ist das denn? Flieg einfach drüber. Flieg einfach drüber. Nicht berühren. Oh, ist das Assi hier. Nein! Ist egal. Oh, Schleimi. Schleimi mag ich am liebsten. Na, nimm du. Schöne Mütze. Auch nicht treffen lassen, ne? Ja. Oder willst du drüber fliegen? Nimm du mal die hier. Oh. Oh, oh, oh. Warte, ich schließt vorne. Nein, mein Schleimi. Oh, oh, oh. Warte, ich schließt vorne. Nein, mein Schleimi. Wow. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, geschafft. Oh, oh. Oh, oh. Nicht die äpfel rühren. Moment. Oder so geht es auch. Ja, drüber. Ja, man weiss nicht auch, vielleicht schmink die auf einmal. Die App weg. Was sind die für'n scheiß Level? Nein! Maxi, die brauchst du nicht einsaugen. Ich weiß. Boah. Oh nein. Oh! Lass ihn rollen, lass ihn rollen. Scheiß auf das Leben. Ich dachte, der kommt jetzt auf uns rauf oder so? Nein. Moment. Lass mich vor. Boah, das ist schieß. Ach, du musst aufpassen. Ja. Okay, Schleim ist verloren. Und das ist endlich das scheiß Level vorbei. Ja. Nein, nicht schon wieder Fischi. Ja. 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 Hier ist ne Spinne. Und sind auch zwei Spinnen. Geht ruhig. ich dachte wollte sich doch umgucken nein nein ich bin bloß gerade an der kante hingewiebt moment achtung der spuck die kommen immer wieder die typen ja wenn sie aus dem bildschirm kommen über schnell 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 dann einfach ab durch die führung was war das war mir egal ob sie wieder durch warte 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 den einen lassen wir auch noch dauernd so fuck alter ohne kerby dame und die zwischen böse moment leiden liebe schleim glücklich ist mein lieblings hier wenn man das noch als tier bezeichnen das war geil kam ja mehr kam ja mehr ich bin nicht kam ja mehr treffen wir an der alternativen ja juhu oh oh mario karsel style du 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 gut kassel schlippel nicht zu Ende gehen und ein moment das Sexten der an muss sich doch die obeste zu tun doch nicht na ja das hat mir alles und moment die mann ist aus tun ich hätte gern helfen aber Puh, das ist zu gefährlich für uns beide. Was war das denn? Das war einfach nur... Ihr belebt ja alle! Oh kein, doch kein. Durch, durch, durch! Wem interessieren diese Sterne? Kommt die mal hoch, danke. Das ist ja ein Ewigkeitslevel. Oh, fies! Weiter, 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 einfach los. Das ist ja bloß schon bloß. Wir müssen jetzt gegen alle Viecher kämpfen. Hey, das ist doch als das vorletzte Normallevel. Oh, überhaupt das letzte Level. Aber was soll's. Nimm du da... ...deine... ...flaschen mit. Ja. Und weiter. Nicht, dass jetzt noch ein Miniboss kommt oder so. Das wäre ja richtig schlimm. Ja. Oh, ich bin eine ganz wichtige Kugel. Ende! Wo war hier die Abgabe? Du hast auch eine Met- und mit der Katze durchgemustet. Jaaaa. Beschätze. Ach, das war einfach was zu groß. Wie gesagt. Boah, hör auf. Hast Du da eine Aufgabe mit dem letzten Level? Und hier kommt ein Engel, und die musik gehört sich schon an wie fast letztes level bisschen gibt es auch so diese art musik ja eptik ne ich mach es bleiben hey warum hast du mir slimey genommen ich nehme slimey wieder oh ja das war die richtige entscheidung 1 2 3 letzte chance es wird die fischig kf tut er ok die hat sich exakt wirklich alle auch dieses jetzt wieder element es was mit dem ich hoffe es nicht noch mehr sammeln jetzt zudem nicht töten männer besiegt ist also besiegen ja aber nicht töten ich will die fähigkeit haben ja wir brauchen moment ja irgendwie ist der gegner scheiße die brauche bestimmt für den nächsten fähler ja das würde so ein boss das ding ist bestens die gegner machen ja weil wir die aufgabe das erste zum ersten mal schafften aber cool ich habe mich kein box diesen scheiße noch mal zu machen ist mir klar nicht so schlimm jetzt schießt doch mal deinen scheiß latsch war dann im litio hat er mich immer erwischt gar nicht das ist wenn ich mich wie es vorne kriegst du einen punkt abgezogen das ist schon alles wenn du nur ein treffer hat sie ich dir nichts machen deswegen sollte es oben aus jetzt kommt schon jetzt sei ja in die falsche richtung du arsch ich bin immer in die falsche richtung ich bin immer in die falsche richtung benutze ich würde ich glaube ich bin auch in die falsche richtung in der falsche richtung ich finde ich auch nicht ich würde ja Das war klar. Ey, das Terranid-Level ist das schwerste hier. Auf jeden Fall. Mann, du scheiß Schuh! Gib jetzt nicht mal deinen scheiß Schuh ab. Scheiß Schuh, scheiß Schuh. Mann! So eine Kack drin, ey. Schön was essen, gib mir deinen Schuh. Oh Mann ey. Ja, irgendwie kotzt es grad an. Hör auf deinen Schuh, du Vollhorst. Schaut jetzt so um, dass er geschossen hatte. Der weiß, dass er nur noch einmal getroffen werden muss, deswegen macht er das nicht. Ja. Alter. Du schleimig schwitzt. Jetzt! Boah. Moment. Okay. Cool. Nächste Trader. Und du kannst ja wieder dieses Tränkchen holen. Und ich kümmer mich um den nächsten Gegner. Okay. Ach, er schon wieder. Oh Mann. Egal. Gut, dass man dort oben ziemlich sicher ist. Ja, so halb. Oh ey, immer wenn er schießt, ist er so ein Verbund vor dir so. Okay. Okay. Scheiße. Ja. Das ist sicher. Ja. Scheiße. Boah. Mann. Ich bin normal. Genau. Oh nein. Ich bin normal, genau. Ey... Ich bin mal von diesen Gegneren. Komm jetzt noch, ey. Keine Ahnung. flächen für dich, fehlt doch für mich so, warte, das... denke ich mir mal, was muss so ja dann sein ja, geh mal durch da Moment, ah ja, das kann ich auch mal, wenn auch durch geht ah ja, heh heh, du offensichtlich okay Moment, ich hab dich gehalten wow der springt ziemlich hoch ja, ja, bleibt lieber nicht zu weg wirst du mir mal meine Fähigkeit wieder geben, danke boah top okay, jetzt machen wir dich damit k.o. yay, Hexe Pibi Pibi Ploxberg yay da kannst du im Glück nicht so hoch springen da macht das im Glück immer nur das ist eine Muster doch schon, los ja, du musst warten, bis er an die Wand springen, äh, gegen die Wand ja ja dann lässt du was los und dann kannst du es nehmen oder wirst du es auch nie bleib mir ja oben ja ja oh das wird dumm, aber trotzdem da hätten wir dann wenigstens eine Aufgabe im fünften Level gelöst ja oh mein okay ey was jetzt Story what the fuck ach so warte ach ja, igelfähigkeit ist das die hatten wir auch noch nicht so steht schwer sieht aber auch nicht aus was zu worte von ok er ändert die höhe also musst du auch fassen muss ausweichen also eine höhe geht musst du wunder kommen geh hoch geh runter das ist ja okay gut 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 Hau ab, hau ab, Eintreffer müssen da unten Ach ja, stimmt, ja Nimm es! Und, und, ich habe es Genau, wo geht's, wo gar nicht hier Das war ja ein Arsch Oh, hier ist Ende noch nicht reingeht Und, ich glaube, wir haben diese Au, ja, das ist deutsch, hat sie gelungen, wir haben es geschafft Wir haben es geschafft, sie freut sich Wenstens eine Aufgabe Ja, ich bin schüttend zu level überhaupt Ui Nein Okay, jetzt kommt der letzte End Okay Wollen wir den jetzt machen, oder? Nächster Port Okay, ja, okay Okay, Leute, dann Bis zum nächsten Part Bis zum nächsten, und dann wird DDD-Platt gemacht Ach, ich hoffe, dass wir das machen Okay, dann bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Dann bis zum nächsten Mal ツ